Heute weiß man, dass zu vieles und zu lange Sitzen nicht nur hauptverantwortlich ist für viele Rücken-, Hüft- und Kniebeschwerden, sondern vor allem auch für die Steifigkeit und Gehbeschwerden im Alter. Schmerzfreiheit am Bewegungsapparat setzt Beweglichkeit im Becken voraus. Regelmäßiges Sitzen und zu langes Sitzen verklebt die Faszien im Bereich des Beckens und limitiert die Beweglichkeit der Beckenmechanik mehr und mehr. Das führt zu einer gebückten Haltung, zur Überlastung des Rückens, der Hüfte und verursacht Schläge in die Knie. Diese Entwicklung kann dank dem neuartigen Kibun Joya Kissens jetzt abgeholfen werden. Dank den elastisch federten Eigenschaften des Kibun Joya Kissens bleiben beide Beckenhälften gegeneinander nachhaltig beweglich, wie auf der linken Seite zu sehen ist. Auch nach längerem Sitzen spürt man beim Aufstehen vom Stuhl keine Steifigkeit, wie es normalerweise ohne ein Kibun Joya Kissen der Fall ist. Joya Kissen darf des Kibun Joya Kissens vor allem bei Sitzenden arbeiten, aber auch beim Essen und speziell auch beim Fernsehschauen. Diese Art von Selbsttherapie, die weder Übungen noch Zeitaufwand verlangt, kann Rücken-, Hüft- oder Knieoperationen vorbeugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017